Sehr vielen Dank schön dafür, dass ihr von der Woche unseren YouTube-Kanal eingeschaltet habt. Uns würde auch sehr gefallen, wenn ihr uns sehr gut würdet, in der Unternehmung den Subscriber würde anklicken. Vielleicht schreibe ich euch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Schreibt uns mal ein paar Bilder, Videos. Vielleicht dreht ihr uns auch mal in die Folge, schreibt ihr uns ein Zeugnis. Wir beten auch, dass alle unsere Videos, möchtet euch sehen, für jeden Tag. Brüder, Doft, dank schön, dass ihr uns hier mit uns, um Videos und Geschmacken Zeugen zu geben. Bei Jesus, die ihr von mir habt, und bei euch dein Leben verändert habt. Wir freuen uns, dass wir mit diesem Tag hier in Schipjaer, bei Lies, von der Ouskern, in diesem Raum sitzen. Und dann auch ein bisschen ein Interview haben mit dir, in diesem Zeugnis-Hochchen und mit unserem Plotische Menschen. So, es kostet mir vielleicht mal ein paar Tage, wo du was abgewaschen hast, weil du in der Lies gekommen bist und weil Jesushaft dein Leben verändert. Ja, danke, das ist ein Grund und Fährreich für mich, die zu besagen. Ich werde das reden. Ich bin in Korbo, Kassas Garnes. Ich bin so arme Menschen, kann ich Geld verdienen zum Leben. Meine Alten tragen mir stets, für zwei Jahre. Und dann tragen sie drei nur Korbo, und dann tragen sie drei nur Temporalkompeten, was die nie im Umfang nehmen. Und dann habe ich so sieben Jahre alt im Baral gewohnt. Ich habe fünf Jahre alt, als meine Alten in der Bries treten, in der Schipjaer-Kolonie. So, du bist zwei Jahre alt, als du hier in der Jähen treibst. Ja. Und dann leidt ihr ganz anders aus, als du hier nur leid. Leute nur leid. Ganz anders, also in der Kalonie hat lange nicht so viel Leben, lange nicht so viel für Tieren, mit Businessen und so weiter. Also, wir haben alles von der Ouskern. Das ist alles von der Ouskern. Nein, wir sind nicht hier. Das ist alles von der Ouskern. Das ist alles von der Ouskern. Damit wir nicht wissen, dass die deutsche Spanische Stadt ganz wichtig sind, dass es nicht so ein Weg aufwendig ist. Das ist nicht so ein Weg aufwendig, nicht so ein Spanischer Stadt. Ja, das ist nicht so ein Weg. Ich bin in der Ouskern, ich bin mir in der Ouskern. Aber ich habe hier so lange wieder zu einem Lehrerin. Ja. Koste unsere Plotik. Ich möchte mich vertellen, dass die Kalonie vielleicht im Moment ist. Ich habe es hier. Das ist die Kalonie in Iran 3.500 Personen. Wow. Das ist die Kalonie. Nein, nicht die Kalonie. So, du warst hier dann von 12 Jahren abgeworfen. Ja. Von 12 Jahren bin ich hier wieder abgeworfen. Und dann sind wir hier für 6 Jahre in Kanada hier. Und jetzt bin ich hier in 5 Monate draufgekommen. Von Kanada hierher. Okay. Weil hier waren wir wieder. Ja. Sehr gut. Ich soll es vielleicht sagen, dass hier ein Einzelherter wohnen. Und Brüder Fehr ist mit uns hier rechts nun. Und uns Brüder Peutach. Wir sind hier nun wieder Peutach in unser Haus. Und sie haben mit uns hier rechts 2 oder 3 Familien. Mit einer Koe hier, der Jänti vorhin in Mexiko. Und hier in Belize. So, von daher haben wir uns letzten Oben. Meine Frau und ich. Und wir haben das Interview nun mit unseren Brüder Fehr hier. Und wir freuen uns Brüder sein. Und du warst hier ein bisschen mithalten. Weil du hier mit den Allertöp. Mankt der Elbkneer gewohnt hast. Und weil hier das liefunghaft. Ja, ich war ein paar Stoffträgen. Von meiner Kindheit. Dort hat jemand mein Verständnis gegeben. Und wo sie eigentlich mein Führeranschluss vorverdehnen können. Und dort hat er angefangen. Als ich saß, wo ich alt wäre. Dann eines Tages. Dann hat mein Dad. Er hat getrunken. Er hat verschiedenste Dinge getan. Ich weiß nicht alles. Aber er ging dann im Haus. Und dann hat er die böse Feind im Haus. Und er brachte. Er sollte im Haus kommen. Und verschiedenste Dinge ging da um. Und dann nahm er sich im Maas. Und kam nach uns Kenia. Allerraum im Hausraum. Und er sieht, dass er uns alle aus Wiener wohnen. Und bei sein. Der andere. Er wollte sich da nachdäut nehmen. Wir wollen ihm nicht mehr sein. Wir wollen uns auch sagen. Ein junger Kind. Er saß in der Mitte. Er wollte selbst von dem Vater hier. Das heisst, ich will das Leben nehmen. Und geht im Hausraum mit dem Maas. Was glaubt ihr, was uns Bruder hier gedacht haben? Ich dachte, mein Vater merkte sich diese Nacht durch. Ich ging in meine Stube nach. Mir durfte ich schlucken. Ich hatte nachsache nicht viel geschlucken. Aber als er zu sein, hat er gehört. Das hat mich. Und das ist ein Gas. Die fährt ab. Dort habe ich in der örtliche Vater. Die fährt ab. Und seit dem nächsten Tag zum Maas aufgetrunken. Da habe ich gesagt. Hier haben wir. Ich konnte mich nicht mehr anziehen. Aus dem Vater. Ich konnte ihm auf die Gifte. Ja. Wow. Aus dem Klingeltchen. So wird Herr Leber. Ich glaube, das kann man nicht mal erklären. Ich glaube, Herr Leber kann man nicht mal erklären. Was ist die bärtliche Freiheit. Von seinen Vater. Was arm soll der Gäude lehren. Weil sie das Leben nehmen. Und sagt zu seinen Klänger. Sie sollen Aufschritt nehmen von arm. Ja. Die Jochens ist dort. Da sind wir dann rumgetragen. Das passiert in der Städte. Und dann kam Pettchen in Belize. Und in Belize. Ich wurde groß. Ich wurde rebellisch. Ich ging unter dem Vorder. Ich habe keine Kontrolle. Ich werde. Ich werde. Mordlos. Ich werde meint. Ich kann nicht vertrauen. Ich werde nicht vertrauen. Was ich am Anteiden will. Ich will mich noch einmal erreichen. Und verdammt, was er mir auch getan hat. Ja. Und eigentlich dabei ist es auch sehr wichtig. Wenn du nicht hier vielleicht zuhörst. Uns Brüder fährt. Wurde die ganze Hand. Möchtmöke. Dass die damit die Kinder gut behandeln. So dass die Kinder können. Und ihre Mutter kennen. Dass wir als Äldere. Die Kinder können an die Kinder verleben. Und das ist noch gewesen für dich. Sehr schön. Und ich kann nicht beleben mit meinem Vater. Ich habe jetzt so weit verteilt. Aber mich kann ein bisschen wie es, die nicht mehr ist. Und ich führe mich zu sagen. Dann kommen wir zu. Und wir können uns mal treten. Und ich kann wie es mit meinem Vater nicht sein. Und dann kommen wir zu. Brüder, incelcie doch mal ein. Sieg vor, dann sage ich zu ihm. Ich hatte meinen Geld. Ich werde ihm gesagt. Und mir muss meine Seine. Statt mir ver. Und dann kommt ein junger Mensch, woher ein Vater nicht. Und im Vater nicht so. Brüder, wäre es nicht so. Die sind ein bisschen so hoch. Jesus, was an den persönlichen Heiland annehmen, und an sich kein Geld verholen. Ich glaube, das ist der Wendepunkt. Das ist der Wendepunkt. Das Ganze macht sich zu drehen. Statt euch mal her. Seht vor, dass ich endlich mal in den Arm sehe. Ich will die, die ich hier leben möchte. Das ist eine Änderung im Leben, die ich nicht mal beschrieben habe. Das ist gut. Ich habe sehr, sehr gefragt, was ich mit mir gefreut und zu sagen, was ich denke. Aber als ich mich nicht mehr als Vater kam, dann wollte ich mich zu sehen, als ich ein Freund. Ich interessiere mich an meine Niedengeschichte. Ich habe mich an die Niedengeschichte, wie sie sich nach Hause aussehen. Ich habe mich an meine Niedengeschichte, wie man die Bibel überdeckt hat. Ich habe die Bibel zu lesen, und habe so eine schöne Geschichte von uns. Ich konnte mich nicht immer vergessen, wie freundlich wir an der Hauptstadt gesehen haben, und wir haben sie es auch gelesen. Die Bibel zu lesen, die Bibel zu lesen, und die Zettung zu lesen, von der Niedengeschichte, von der Niedengeschichte zu lesen. Und nun steht man bei uns auf der Gase super, fletig und stehle bestemt, und ganz aufgeschrieben zu sein. Ich sage, du deutst lieber mit deinem Vater zu lesen, eine Schmuckethe. Ich bin mein Vater mit meinem Vater Freund geworden. Und wenn ich den Vater von diesen Frauen bekomme, dann bekomme ich den Vater mit meinem Vater Freund. Wenn ich nicht mein Vater war, dann wollte ich die Mord mehr haben, versichert zu hören. Wenn ich nicht zu groß, um mich zu sehen und zu sagen, bitte verzeih mich, ich habe die falsch behandelt. Das, was mein Vater hatte, und das war meine Unterscheid, dass sie mir dort versprechen, oder mir den Haft verbreiten, oder mir Geld geben und sagen, hier wollen wir nicht mehr sein. Sehr schwach. Das geht sich nicht mehr. Es sind solche Menschen hier, weil vor der Haft sind viele Schmuck, die haben alle gemerkt. Mana und früher, wir haben alle viele Gemäle mit anderen Kindern. Wir haben alle gemerkt. Weil wir doch nach dem gehen, weil wir doch, wie wir haben viele Gemäle, das rechtstellt haben. So wir wissen, dass wir auch viele Gemäle, dass wir nicht perfekte Menschen sind, dass wir eben bleiben und dass wir eben unsere Angeflüchten nehmen. Und dann gehen wir wieder. Wir kommen durch den Herrn Jesus Christus kennenzulernen, dass wir unsere persönlichen Heilung erleiden, und dass wir immer meine Freunde in unserem Leben leben. Und ich sage euch, dass meine Freunde den letzten Momenten, wo er Jesus auf uns war, dass wir unsere persönlichen Heilung erleiden. Wir sind eine große Freunde. Wir haben uns hier anordnet, wir haben uns getrunnt, wir haben uns alles vertelt, wir haben uns in Wahrheit getan, alles abgeräumt und gut gemacht. Und ich denke, ich bin froh, dass wir die größte von allen Menschen auf der Welt sind. So, die Geschichte, die du hier in unserem Leben geleistet hast, dass sie mich sicher sind, dass du sind, wo es zu sein wird, wo es zu sein wird, wo es zu sein wird, und wo es zu sein wird. Ich hoffe, dass wir alle aus Älteren kennen, mit jenen Kindern die Sache darstellen. Ich hoffe, dass wir ein Licht in dieser König. Hier wird ein Licht ab dem Burg. Hier steht nicht auf der Sonne, hier steht auf einem Stein. Hier lässt sich nicht anbüßen. Hier wird der andere Mensch in der Königsee, was er sich bekehrt hat, dass er sich auch bekehrt soll, in der Liebe mit Jesus anfangen. Kannst du dir einen Nachteil mit? Ja, wir haben so viel von den Reden, in der Sonne habe ich so ein Bruch. Und wir können zu mir ohne so viele Mütter sprechen, dass ihr vielleicht auch alle hättet, dass wir Edward und Christine anrufen von einem Konzert hier. Und dort haben wir viel Verfolgung. Menschen werden so sehr anzufrieden mit uns. Und wir haben uns verantwortet, für ein Fechtchen. Man hat einmal, wir haben Ökundsungen beschluckt, und gesagt, dass wir kein Konzert haben. Aber wir lernen uns und vertrauen immer etwas auf den Hörn. Und wir beten, Amen und Frieden, weil wir wieder sollen. Er lernt uns, er bewährt uns, und er hilft uns, die Kraft, die wir brauchen, durchzuholen und ein Leben die Zweignis für Jesus zu lernen. Wow! So, als wir hier mit Jungen zeigen, was er ist ja 3, dass wir für Jungen keine einfachen sagen, dass wir einfach für Jungen uns entlaten, und kann es vielleicht mehr betrachten, was das passiert? Ja, als wir kommen, dann sage ich noch und ich habe noch große Speakers mitgebracht, und von daher habe ich mich erneut zu wehren, wenn ich weiß, dort an der Kolonie würde es sein, und die Speakers zu hören. Ich habe und fragte mich, ob ich die Motor entrennen habe, die Elektrizität bekommen konnte, um seine Speakers abzustellen. Eigentlich, am 4. Serie, habe ich Diesel. wenn meine Bedrängnis von der Verfalle, wo ich abends komme, sagt, kann ich dort nicht beantwortet sein, und sagen, ich konnte nicht sterben, damit. So, wenn wir bei einer anderen nachdenken, hier da auch Ola lehnen, und dort hat Ola nicht mitgekriegen, er kann mir von Böten lernen, er sagt, nur, wo schlägt er Ola tripieren. So, wie ein anderer Mann, wo zählte dich? Und jemand stimmt, der wird sehen, sagt, dass es kein Problem ist, von dem ich Diesel habe, weil ich nur da fahren, und die Motor liegen, und diese Hand sind, und dann wollen wir die Speakers anmerken, und dann wollen wir hier anscheinend gesehen, und dann. Die Brüder, weißt du, ich kann das Bild auch gleich sein, wie heute, ich glaube ich, wie 30 Männer voranzukommen, bloß Männer, da werden die Leute nicht frühes machen, die hüfte dort, und ich dachte, 30 Menschen, aber wir wissen auch, dass viele, viele Menschen in der ganzen Köln wir wissen, wir wissen, wie heute, und das war nicht so, und viele hüfte dort, und die Menschen haben sich auch, viele Menschen in der ganzen Köln. Es sind viele, viele Bekehrungen rutsgekommen, Lotha, und, wenn ich nicht mehr Zeitung den Tag war, dass diese Mann in den Orland-Hoffen kommen, die Spiegel ist so ungewohnt, und ich dachte, sie kamen, und sie sagte, ich werde nicht ein Konzert haben. Wie dachte, sie kamen, ich kamen, ich schreibe mich hin, und ich sagte, Gott, Gott, und seine eigenen Schöne gehören. David zeigte mir, der Herr wurde er niemals verlooten und ich kamen, er wurde er nicht verlooten und nie verlooten. Gott hat den Herrn gut gewöhnt. Er geöffnet ihn sich, und er hat die Gebet von einem Mann die ergebracht worden und sagte, Gott, wenn du nicht wirst, dann er ist er Holländer. Er hat hier ein Gebet und er hat mich geändert, auch diese 30 Mange die ihm die Hand haben, um ihn abzuladen und wachzuführen. Und der Janssie wird das vielleicht nicht verstanden, was er meint mit Wach führen. Die Männer kommen doch an und die würden uns auf den Bogen ab oder was auch immer. Die würden uns in den Utenkern nicht wegführen, sodass wir doch nicht ein Programm haben. So können wir das doch an. Nun, wie wir hier sind, mit dir helfen, haben diese Programme gehad. Nun haben wir hier mal einer von den Männer, in der Gruppe wir, die haben sich bekehrt. Die sind nun zu den Programmen gekommen. Die haben uns eingelog, die haben eten. Wir sind mit dem Tipp gewesen und wir haben gesagt, dass Gott etwas geredet hat. Meine früheren, ich habe nichts geredet. Wir haben das nicht geredet. Gott hat das mit uns geredet. Gott hat das mit dir geredet. Gott hat das mit dir geredet, was das organisiert hat. Und das wurde wie einer von denen. Sie schämen sich nicht. Sie haben uns eingeladen. Sie wissen die Konsequenzen. Sie haben uns eingeladen. Sie haben uns eingeladen. Das wissen Sie. Was davon sei, den Führer ist eine Lösung. Was ist mit dem Führer? Was ist mit dem Führer? Was ist mit dem Führer? Ja, ich stelle für den Führer. September, der 25. wo die. Da ist befriuert, aber ich kriege dieses Bruder, dass die Führer ist, wo du deines, wo du so ankommen musst und so weiter zu bringen. Der Bruder steht für mich an und ist der Covid. Und er sagte, David, du hast ihn sehen. Der Einfahrer war der Einführer. Sie sehen ihn im Sein. Er stoff, kommt noch auf den Bleist. Er sagte, ich konnte mich wegen Covid, der anderen nicht zu sagen. Und er hat mit alles geschafften, was er kann. mit Grenzen ablehnen, mit Kosten und verschiedenen Dingen, aber kann ich nicht sagen, dass ich das alles entdeckt habe, weil ich will, dass ich so stehend vor dem Himmel sein kann. Und ich darf hierher kommen, drei Jahre mit anderen Seiten in Vertrauen, wir haben eine schöne Gemeinschaft gehört, wir haben gebetet, und dann darf ich im Gebet checken, wo ich auch Freude nehmen von dieser Welt, und ich denke nur Jesus. Ja, sehr viel, meine Damen und Herren, für das Nachteil. Brüder, wir freuen uns glücklich sehr für so ein Zeugnis. Dankeschön, dass ich hier mit Dieter, mit meinen Frühen, und mit deinen Freunden habe, hier in Belize, durch Rumpf, oder in Mexiko, ein Zeugnis für Jesus sein, und danke für jede Konzert, wie es die Welt, und mäßiger Konzert, wie es die Welt an uns, und hast Zeugnisse gelegt, weil Jesus die gefunden hat, weil die Diener sind, die verhebt hat, und weil die Paar, die haupthaft, die dahin zu tun ist. So, wir freuen uns zu tun, dass wir gerne mit Dieter nur an die Plotik-Menschen damit mitteilen. So, willst du noch etwas erzählen, vielleicht ganz kurz? So, ich will bloß noch kurz sein, der Herr wacht ab uns, er will nicht die Daut von den Sünden, aber er will hören, wie alle die Erkenntnisse der Worte durch ihre eigene Leben kommen. Und wenn du, was Johannes, die erste Johannes, eigentlich falsch neig überlesen, sagt er, von wir unsere Sünden beteilten, als wir trüben gereich, und verhebt uns unsere Sünden, und rennig uns von alle eigene Rechtigkeit. So, wenn der Herr selbst uns nicht an unsere Sünden verhebt hat, und an unsere Sünden verhebt hat, wort leist du, städt wir für, dort eich, und du, wenn wir das Bekenntnis aufgeben, dürfen im Himmel wie dem Fuhrer sein. All auf uns verhebt, und es soll zu einem die Merkwieser treu, uns mit Amten begegnen, und der Herrlichheit bei Amten sein, für immer an euch. Ja, sehr vielen Dank, Herr Brüder. Wir wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus. Bis zum nächsten Mal.